Herzlich Willkommen bei der Ruth Ishauser Divino. Mein Name ist Michael Karben und ich bin der Betriebsleiter dieser Produktion. Wir nehmen pro Jahr ca. 1,5 Millionen Kilogramm Trauben an, von der gesamten Ostschweiz, das heisst von fünf verschiedenen Kantonen. Darunter fallen 27 verschiedene Rebsorten und aus diesen machen wir ca. 500 bis 600 verschiedene Wein. Das ist der Pinot Noir aus dem Kirchenweg. Das ist eine unserer besten Hallauer Lagen. Hier haben wir versucht einen typischen Burgunderstil auszubauen. Wir haben hier auch ein Drittel neues Holz genommen und der Rest ist in drei bis vierjährigen Barrikfässern ausgebaut. 2018 war ein sehr warmes Jahr, das merkt man den Weinen auch an. Sie haben etwas mehr Alkohol als andere Jahrgänge. Die Säure ist etwas tiefer und sind dafür föller und ründer als andere Jahrgänge. Diesen Wein würde ich empfehlen für ein gutes Stück Fleisch, das die Familie miteinander hat. Die Säure ist ein ganzes Jahrgänge. Die Säure ist ein ganzes Jahrgäuse. Die Säure ist ein Ziemlich. Die Säure ist eine CM-Best, die ihr Eigenschaftshafte, der Konnten verschwindet. Die Säure ist eine MöBLE-Jänschen, die sie am Möbel-Jänschen, der Konzepte. Die Säure ist ein sehr komplettesiges Stück sein, das die Madame Säure Mojas-Gärchen verhalten. Vielen Dank.